Hallo ihr Lieben, wundert euch nicht, dass dieses Video 26 Minuten lang ist, aber ich habe gedacht, ich frage den Bing Image Creator mal nach Bildern von Kindern, Mädchen und Jungen aus der ganzen Welt. Ich habe in Afrika angefangen, Indien, Aborigines, China, Maasai und so weiter und so weiter, Arabisch. Da habe ich schon gedacht, ein jüdisches Mädchen, ein jüdischer Junge, aber mich da überhaupt durchlässt. Aber das hat er alles so einigermaßen beantwortet. Jedes Bild läuft 10 Sekunden durch und das ist auch alles einigermaßen ordentlich geworden. Und die Bilder gefallen mir soweit auch ganz gut. Nur ab Minute 7.32 oder so habe ich mal deutsche Kinder abgefragt. Ihr könnt jetzt gleich zu Minute 7.32 vorspulen, aber das ist für den Bing Image Creator das typische deutsche Mädchen und das Typ der typische deutsche Junge. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt ganz normal durchlaufen lassen oder ihr geht sofort zu der Zeitmarke 7.32 oder was das ist und guckt euch das an und seid genauso erschrocken wie ich. Ich blende euch jetzt Musik ein und ja, dann guckt ihr einfach. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020